Hallo, ich bin hier in Megaplexipölken und da gibt es etwas ganz Tolles. Hier gibt es Fische Pizza und zwar hat man einen kleinen Italiener hier in diesen Automaten eingesperrt und wenn man da jetzt Geld reinwirft und zwar, wenn ich das richtig sehe, 3 Euro. Ihr seht das nicht, aber das ist euer Problem. Ich hole mal 3 Euro. Ich hole nicht 3 Euro, weil ich keine 3 Euro habe. Das ist wie ein professionelles Video. Münzeinwurf, da schmeiße ich das jetzt rein. Habe ich 3 Euro Guthaben? Habe ich? Ja. Und drücke auf Margherita Mini Nummer 2. So muss man das machen. Das ist ja kompliziert. Kein Touch-Display. Und jetzt wird der Backofen gewärmt. Das dauert 180 Sekunden. 180 Sekunden. Lisa, wie viel ist 180 Sekunden in Minuten? Das sind 2 Minuten. 2 Minuten. Also wenn ihr irgendwo 180 Sekunden seht, sind das laut Lisa 2 Minuten. Er macht Lärm. Kaufst du den bitte? Psst, psst. Es ist Lärm. Da hat sich was bewegt. Die Pizza kommt. Ja, das Bild, weiß ich nicht. Es macht auf jeden Fall viel Lärm. Ja, und jetzt kommt was. Der Italiener ist schon fleißig am Backen. Und jetzt kommt was. Psst, psst. Psst, psst. Psst, psst. Psst, psst. Psst, psst. Ein Pizzafleck. Das sind 3 Euro. Ein Pizzafleck. Ein Pizzafleck. Ein Pizzafleck. Ja, die Hehler. Kommt ein Pizzafleck. Papa. Ich habe aber ein größeres, weil ich den größeres Brot. Papa. Papa!